Typisch Pader Börnsch Heute ein typisch Pader Börnsch, weder Linsenbratlinge noch Weinlicker oder Lastenräder, sondern ein etwas erklärungsbedürftiges Thema. Zu Besuch bin ich bei Alena Diedrich, die in der Solavi engagiert ist. Alena, Solavi klingt nach einer Abkürzung. Was ist Solavi? Genau, also Solavi, das ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und wird oft auch genannt gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft. Und die Idee ist eigentlich dahinter, dass eine Gruppe von Menschen, von Verbrauchern, einen Landwirt finanziert, dass er sozusagen Lebensmittel produzieren kann und diese Gruppe von Verbrauchern sich dann am Ende die Ernte teilt. Also man finanziert den Betrieb und hat dann sozusagen Anspruch darauf, dass man den Ertrag bekommt. Das ist so das Kürzeste eigentlich oder so die Grundform der Solavi. Das heißt, es geht um die Direkte und daher das Solidarische eben zwischen dem Verbraucher und dem Landwirt. Und dem Landwirt, genau. Wobei man sich auch solidarisch mit anderen Faktoren identifizieren kann, zum Beispiel auch gegenüber der Umwelt natürlich. Wir bauen nach ökologischen Prinzipien an. Aber ein Faktor, der bei uns eine Rolle spielt, ist tatsächlich das Finanzierungsmodell, das bei uns solidarisch funktioniert. Man kann sozusagen mehr oder weniger als den Richtbetrag bezahlen und so sozusagen finanzielle Ungleichgewichte ausbalancieren. Also bei uns kann auch jemand mitmachen, der keine finanziellen Möglichkeiten hat oder nur wenig finanzielle Möglichkeiten. Dafür können andere Mitglieder sagen, ich gebe fünf Euro mehr im Monat und dann kann sich das wieder ausgleichen. Da sind wir eigentlich jetzt gerade, das erinnerte mich so bei dem ersten Gedanken so etwas an das Prinzip der Genossenschaft. Genau, wir sind auch als Genossenschaft organisiert in der Solavi-Faushof. Das heißt, ich muss, also es geht um landwirtschaftliche Produkte, die ich als Verbraucher direkt bei dem Landwirt beziehe. Das heißt jetzt gerade, du hast das Thema Faushof, Biohof, Biolandwirtschaft. Das heißt, ich kaufe mich quasi ein in eine Art Genossenschaft und zahle einen Beitrag da rein. Genau, ja. Also bei uns funktioniert das konkret so. Man wird erst mal Mitglied der Genossenschaft. Das kostet einen einmaligen Beitrag, den man hinterher auch zurückbekommt. Bei uns sind das 150 Euro Mitgliedschaft. Und durch die Mitgliedschaft in der Genossenschaft erwerbe ich dann sozusagen den Anspruch, dass ich auch Gemüse bekommen kann. Dafür bezeichne ich dann den Ernteanteil, so nennt sich das. Das heißt, ich gebe sozusagen Rückmeldung, ich möchte auch von euch Gemüse bekommen. Und das wird dann nach monatlichen Beiträgen sozusagen finanziert. Und das funktioniert wiederum so, dass es am Anfang des Jahres eine Bieterrunde gibt und eine Finanzierungsrunde, wo jeder seinen eigenen Betrag festlegt, bis das Jahresbudget gedeckt ist. Das muss man sich so vorstellen praktisch. Jeder bekommt einen Zettel, schreibt seinen Betrag drauf, gibt sein Gebot ab, sein Angebot für den Ernteanteil. Und wenn das Jahresbudget dadurch gedeckt ist, dann gehen wir ins nächste Anbaujahr. Und wenn es sozusagen nicht gedeckt ist, gehen wir in die nächste Finanzierungsrunde. Das heißt, dann muss noch mal jeder sein Gebot anpassen, muss noch mal einen Euro drauflegen oder zwei. Und das machen wir so lange, bis dann das Anbaujahr finanziert ist. Und in der Regel funktioniert das auch nach der ersten Runde. Also wir haben selten, dass wir zwei Runden machen müssen. Und dann ist das Anbaujahr finanziert. Wir können dann starten, Gemüse anbauen. Und jeder, der den Ernteanteil gezeichnet hat und sich verpflichtet hat für das Jahr durch seinen Beitrag, bekommt dann wöchentlich eine Gemüsekiste, die er sich abholen kann. Und das ist, ich meine, das ist ja auch mal, da gibt es also einmal die Familie mit den fünf Kindern. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht das alte Ehepaar, das nicht mehr so viel braucht. Das vielleicht eben nur eine kleine Gemüsekiste braucht, während die zwölf bis 14, die ich kenne das von meinen, ich hatte zwei Söhne, die fressen einem ja die Haare vom Kopf. Das heißt, da kann sich auch jeder so einkaufen, wie es für ihn passt. Also zum Beispiel die siebenköpfige Familie kann sagen, ich gebe jetzt so und so viel rein. Und das alte Ehepaar sagt, ich gebe jetzt 60 Euro rein. Ja, also sozusagen in diesem Betrag, den man monatlich bezahlt, das ist der Richtwert von 90 Euro, den wir eben haben, ist der Anspruch auf einen Anteil des Anbaus. Also wir haben 130 Mitglieder. Das heißt, alles, was geerntet wird, wird durch 130 geteilt, 130 Kisten. Jeder nimmt sich eine oder packt sich die. Das heißt erstmal so, ist immer das Gleiche in den Kisten drin. Also wenn ich jetzt fünf Kinder habe, würde ich vielleicht zwei Ernteanteile zeichnen oder so. Und wenn ich Single bin, dann würde ich vielleicht jemanden suchen, mit dem ich mir das teilen kann. Oder ich sage, ich gebe einen Teil ab, dann tue ich es in die Mitnehmkiste, dann kann es jemand anders rausnehmen. Sowas haben wir sozusagen auch. Aber grundsätzlich ist erstmal das, was ich rausbekomme, ein Hundertdreißigstel dessen, was geerntet wurde. Es ist aber jetzt nicht so wie in einer Genossenschaft, da zahle ich einen festen Betrag ein und dann habe ich einen bestimmten Anspruch. Habe ich mich auf eurer Website umgesehen? Man muss aber auch was tun. Man kann was tun. Man kann sich bei uns an ganz vielen Stellen einbringen, tatsächlich im Gemüseanbau. Wer Lust hat, kann vorbeikommen und da mithelfen und sich auch jederzeit alles angucken, was in den Gewächshäusern so wächst und los ist. Also die Idee der Solari ist ja, dass man selber sozusagen zum Landwirt wird und sich einbringen kann in den Anbau und darüber informieren kann und auch mitbestimmen kann. Man kann zum Beispiel zu Arbeitseinsätzen kommen, das ist an jedem zweiten Samstag. Man kann in eine Arbeitsgruppe gehen und Tomaten hochbinden, wenn man das möchte. Oder man kann in die Gießgruppe gehen und wenn die Gärtner mal ausfallen, weil einer krank ist, dann kann man morgens mal gießen, sozusagen in den Gewächshäusern. Man kann Öffentlichkeitsarbeit machen, alles Mögliche. Weil ja das Ziel auch ist, dass man was lernt bei der Angelegenheit. Also wir sind ja keine Abokiste, sozusagen, das ist schon nicht so anonym bei uns, sondern jeder kann kommen und auch das Gelände sich anschauen, Freunde mitbringen. Aber man muss auch nicht, wenn es nicht in die Lebenssituation passt, weil man Angehörige pflegen muss oder was auch immer. Manchmal geht es halt auch einfach nicht. Dann muss man auch nicht, dann kann man auch nur das Gemüse essen. Der Fausthof ist in Scharmelder, ne? Genau, wir sind in Scharmelder. Der liegt so, wenn man rausfährt, glaube ich, auf der rechten Seite. Genau, also der Hof selbst ist im Ortskern neben der Kirche. Unser Gelände, das wir gepachtet haben, vom Fausthof ist Richtung Benfeld raus. Das Thema passt jetzt ja eigentlich aktuell, wo die Traktoren in Berlin unterwegs sind. Das heißt, es ist das Herbeiführen einer Win-Win-Situation, sowohl für den Verbraucher oder den Kunden und den Landwirt. Das heißt, haben die Landwirte auch einen echten finanziellen Vorteil, dadurch, dass sie das Geld direkt bekommen von den Verbrauchern? Dadurch, dass diese Zwischenstationen, Großhandel, Transporteure, Einzelhandel und so weiter, ist es auch wirklich ein Vorteil für den Landwirt? Ja, ich denke, da gibt es mehrere Vorteile. Also erstmal ist ja sozusagen der Anbau im Vorfeld finanziert. Wir finanzieren ja in der Bieterrunde den Anbau für das kommende Jahr. Das heißt, eigentlich ist das relativ sicher, auch wenn es Ernteausfälle gibt durch Unwetter oder Überschwemmungen, was auch immer, ist der Haushalt ja gesichert für das Jahr. Und dann tragen wir sozusagen als Gemeinschaft das Risiko mit, weil wir dann weniger in den Erntekisten haben. Also das ist sozusagen der eine Vorteil, dass der Landwirt sozusagen abgesichert ist und das Risiko sich auf mehrere Schultern verteilt. Und das ist natürlich auch dem Markt entzogen dadurch, das Gemüse. Also es ist so ein Produkt, das man jetzt auch nicht direkt kaufen kann. Man kann jetzt für das Kilo Kartoffeln den Preis bei uns nicht genau benennen, weil man sozusagen ja nie weiß, ich tue so und so viel Geld rein, wie viel Kilo bekomme ich am Ende raus, im Jahr weiß man vorher nicht. Wenn ich also jetzt konkret, ich habe jetzt hier bei typisch Pader Wönsch gehört, oh, das wäre also zum Beispiel, ich denke gerade, wir hatten damals als Familie mit vier Kindern und zwei Erwachsenen, wir haben auch immer eine Gemüsekiste aus dem Bioladen in Elsen gehabt, das war die Frau Dingswungs da, die wohnte da nicht weit von uns entfernt, das hat sich für uns einmal genannt. So, das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich sage, Mensch, das wäre doch was für uns, Bio kaufen wir sowieso, wir möchten auch solidarisch sein eben mit der Landwirtschaft, im Moment ja eben gerade großes Thema. Wie gehe ich das an? Gehe ich dann auf eure Website und kann mich dann da anmelden? Schreibe ich euch eine Mail oder was mache ich da? Ja, man könnte uns eine E-Mail schreiben über die Website, genau, da findet man die E-Mail-Adresse, man könnte uns auch über typisch Pader Wönscher jetzt dann finden. Man findet uns auf Instagram überall und kann eigentlich auf jedem Kanal Kontakt zu uns aufnehmen. Und das würde dann so laufen, dass man sich erstmal meldet, man bekommt noch ein Infopaket, man kann vielleicht einen Termin machen mit uns und sich gerne das Gelände mal anschauen und mal gucken, wie das so läuft, wenn da das Gemüse ausgegeben wird. Bei uns ist immer Freitag und Samstag Gemüseausgabe. Dann kommen alle und packen ihre Erntekisten an sich ein. Genau, dann könnte man erstmal gucken kommen. Wir bieten auch Infoabende manchmal an, die findet man über den Eventkalender vom Fausthof zum Beispiel auf der Homepage. Und genau, also einfach mal sozusagen uns anpieksen und dann sich umgucken und dann entscheiden, ob das für einen passt. Und dann könnte ich zum Beispiel, so wie ich das gerade verstanden habe, ist das dann, weil du gerade sagte, Jahresabdeckung, dass du ja sagst, wir finanzieren dem Landwirt ein Jahr quasi vor. Das heißt, kann ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dann starten und kann sagen, ab jetzt bin ich dabei. Genau, also im Prinzip startet unser Anbaujahr mit dieser Finanzierungsrunde. Da legt jeder seinen Betrag fest. Man kann aber auch später einsteigen, dann zu dem 90 Euro, zu diesem Richtwert. Oder halt, wenn jemand anders zum Beispiel wegzieht oder irgendwas und seinen Ernteanteil nicht das ganze Jahr abholen kann, dann kann man sozusagen da in die Lücke springen jederzeit. Manchmal haben wir eine Warteliste, eben gerade haben wir noch ein paar Plätze frei. Also es ist immer so, ja, also man kann relativ schnell Gemüse bekommen eigentlich, wenn man das möchte. Aber es ist nicht nur Gemüse, es ist glaube ich auch Obst, ne? Es ist ein bisschen Obst, ja. Also wir haben Beerensträucher, man kann selbst ernten bei uns. Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren. Das ist natürlich prima mit Kindern. Ja, das macht großen Spaß. Auch die Kartoffelernte machen wir immer als so große Mitmachaktion. Zwei Kilo gekauft und 500 Gramm direkt weg. Ja, genau so läuft das. Ne, ist ja bei uns auch genauso gewünscht. Und wir haben auch einen Obstgarten gepflanzt tatsächlich mit alten Apfelsorten und Birnsorten. Und der muss noch ein bisschen wachsen, aber da gibt es dann auch die ersten Früchte hoffentlich bald. So, das heißt ganz einfach, entweder die Website von Typisch Pader Wörnsch suchen oder eben Solavi. Genau, wir sind www.solavi-faushof.de Oder auf Instagram Solavi Faushof findet man uns auch. Oder Anja von Faushof auf Instagram, dann kommt man auch zu uns relativ schnell. Dann drücke ich euch den Daumen, den linken und den rechten. Und ich denke gerade, was da gerade wichtig ist, wieder ein anderes Verständnis von Landwirtschaft zu bekommen. Und ich denke, das ist an der Solavi gerade wichtig, dass die Leute auch wieder den Zugang, also wir haben zwar die Hofläden und alles mögliche, dafür sind wir aber hier in Ostwestfalen nicht so gut bestückt. Da kenne ich zum Beispiel in Niedersachsen, gibt es in jedem Dorf einen großen Hofladen. Und ich denke, das ist bei der Solavi wichtig, da eben diese solidarische Handlungs- und Wirtschaftsweise wieder zu entdecken. Und das ist wahrscheinlich das, was ihr gerade fördern wollt. Genau, das wollen wir versuchen. Möglichst viele wieder auf den Acker und auf den Boden zu kriegen. Wieder auf den Bund. Ja, ein bisschen, genau. Alena, danke für das Gespräch. Ich denke, es ist eine sehr interessante Sache, gerade, ich denke, gerade für Familien, gerade für Leute, weil Haushof ist bio. Und dann können die Kinder die Himbeeren und die Äpfel von den Bäumen fressen. Genau, und auch mit Buddeln in der Erde. Und mit Buddeln. Kohlrabi auspflanzen und solche Sachen. Genau, ja, wir freuen uns immer, wenn unbekannte Gesichter sich blicken lassen und mal vorbeikommen. Typisch Paderbirnsch.